Nachdem Sie den Durchgang durchquert haben, blicken Sie auf das Haus vor sich. Fällt Ihnen etwas auf? Sie können einen Schriftzug auf den Fenstern lesen. Es ist ein Zitat von Johannes Kepler. Kepler ist ein sehr bekannter und wichtiger Mathematiker und Physiker gewesen. Außerdem hat er sich intensiv mit Astronomie beschäftigt. Die Astronomie ist eine Wissenschaft, die sich mit Sternen und Planeten beschäftigt. Kepler hat erkannt, dass sich die Erde um sich selbst und um die Sonne dreht. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat Johannes Kepler drei Gesetze berechnet. Diese Gesetze beschreiben, wie sich die Planeten bewegen. Der leuchtende Schriftzug stammt vom amerikanischen Künstler Joseph Kossyuff. Kossyuff sagt selbst, dass er die Natur von Kunst untersucht. Er arbeitet dafür sehr häufig mit Buchstaben und Texten. Die Leuchtschrift hier verweist auf den Sternenhimmel. Den hat Johannes Kepler lange Zeit erforscht. Kepler hat ein paar Jahre lang in Graz gelebt. Er hat hier als Lehrer gearbeitet. Während der sogenannten Gegenreformation ist er aus Graz vertrieben worden, wie viele andere Menschen mit evangelischem Glauben. Kepler hat eine sehr wichtige Rolle für die Naturwissenschaft gespielt und damit auch für das Joanneum. Joseph Kossyuff hat ihm hier im Herzen des Joanneumsviertels ein besonderes Denkmal gesetzt. Es ist keine Statue oder Inschrift, sondern dieses leuchtende Zitat. Am Ende der Leuchtschrift sehen Sie zwei Buchstaben. Es sind die Anfangsbuchstaben J, K. Beziehen Sie sich auf Joseph Kossyuff, der dieses Kunstwerk geschaffen hat, oder auf Johannes Kepler, von dem das Zitat stammt. Gehen Sie nun nach rechts in den Gang. Dort befindet sich ein weiterer Durchgang.